. Irgendwie so schön leise. Hohoho. Solka Radon. Dein Applaus. Und du wirst ihn mit Sicherheit weitergeben an Klaus Plaza beziehungsweise an Geri Gräbenbühl. Dankeschön, dass ihr es möglich gemacht habt, heute hiermit teilzunehmen. Geri Gräbenbühl, ansonsten Testpilot für Jets, unter anderem in der Probung des Eurofighters tätig. Meisterhaft hier am Steuerknüppel der Messerschmitt Me 262. Winken Sie ihm zurück. Ihr verabschiedet er sich aus seinem Display. Und jetzt geht's heim nach Manching. Und dann wird jede Sekunde die Box frei. Und sollte ihm dieses Solo-Display gefallen haben, Volker Radon nimmt gerne den Applaus dafür. Und wird ihn weiterleiten. Applaus 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 Applaus